So meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde, Cry of Fear, mit mir, Lunetschki, jawollskin. Wir laden einfach mal da, wo wir aufgehört haben, das war am 4. Oktober, 3. Oktober, am 4. wohl, davon geh ich mal aus. Und ich starte mal meine geile Eier-Uhr und dann geht das auch schon in Lounge nicht, wah, liebe Leute. Jawoll, im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen durch die Kanäle hier gewurstet. Ich hoffe mal, dass hier nicht allzu viel Böses auf uns wartet. Um den Eckens herum. Vor allem, es bleibt weiterhin feucht-fröhlich, aber ich gehe erstmal hier rein. Ah, das lag zu lassen. Wir haben aber auch keinen Schlüssel, nee. Ok, dann müssen wir halt wohl, oder übel, doch nochmal weiter ins kühle Nass uns begeben. Uah! Ach du Kacke! Wer ist er denn? Meister Glanze! Ich glaube, der hält uns ein bisschen mehr aus als der andere, oder? Mace, du machst Sachen, ey. Du kannst aber auch nicht, wa? Ich schlag der einfach ins Gesicht. Irgendwie schlägt der einfach nur. Oh, könnte ein bisschen länger dauern. Was muss ich denn hier machen? Wohl, Mace heißt doch Stab, oder? Also, Streitkolben. Sagt man auch Mace. Ich glaube, der Typ selbst kann irgendwie nichts. Vielleicht in den Rücken schlagen. Ah! Ja, komm schon. Gehen wir hin, gehen wir hin, gehen wir hin. Äh, äh! Die Kamera ist einfach ein bisschen... Was muss ich denn hier machen? Vielleicht ja ran rumdrehen. Ach, guck mal da. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann... Was ist... Was war das denn jetzt? Warum konnte ich mich nicht mehr bewegen? Was ist denn? Das ist ja geil. Lütsken. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Jetzt läuft der von alleine. Was denn? Was war das denn gerade? Lol, lol, SARS-Sauce. Voll verbuggt, ey. Raufelkopter. Hahaha. Kann man das überspringen? Ah, ja, kann man. Okay. Du, Typ, machst erstmal so. Jetzt drehe ich mal hier an dem... An dem Ding rum. Okay. Oh, wow. Den haben wir doch, den haben... Oh, kacke! Ach so, ich sollte... Ah, ich muss irgendwie auf Land dann. Aha, Mensch Spatze Ich lad nochmal neu, Leute Sorry, wenn das jetzt ein bisschen doof kommt Aber ich hab's ja anfangs nicht kapiert Ich mach das jetzt nochmal richtig, ich kann das So, jetzt weiß ich, wie das geht Ach, immer die falsche Tür am Anfang Ich bin aber vielleicht auch ein Eierhals So Kadmiumnitrat, machen wir bitte Du kommst mal hier rüber Oh, nee, komm, du kommst mal hier rüber Komm mal rüber, rüber, komm her Mit Spatze, mach das Haut zu Und jetzt Los, 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 los Steh weg Jawohl Haben wir dich doch auch nochmal voll verarscht Du geile Sau So Komm, 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 komm Du machst mich nicht kaputt Komm mir halt hier rüber, du geile Sau Hau zu Kannst du ihn Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm Vielleicht doch lieber hier Nein Ich weiß nicht Irgendwie trau ich mich das Ganze nicht Ich sollte vielleicht Ich sollte vielleicht, äh, ihn Hierher locken So Damit ich jetzt in Ruhe Den hier machen kann Äh Fuck Renn, renn, renn Oh Jawohl Das war gar nicht so Gar nicht so schwer Ich muss mir irgendwas Großes zum Aufschnippeln holen Okay Ich kam Ich glaub da rein Oder? Ja, hier kam ich rein Okay Dann speichere ich erstmal und zwar jetzt den hier Den City Sears Jawohl Jeht doch Mensch, Leute Ich werde übrigens immer noch ein bisschen erkältet Also nicht wundern, dass ich vielleicht ein bisschen dumpf klinge Oder vielleicht ein bisschen schlecht rede Oder ein bisschen müde wirke Ich, äh, kann nicht so gut mich unterhalten Ich geh nochmal zurück Und will dann erstmal wissen, ob man in die andere Tür auch rein kann In die da He locked the door Okay Da komm ich also nicht durch Hier sieht Bescheid Hier ist auch Nichts Hier sind immer so komische Kugelschreiber Okay Okay Spritze Sehr gut Und hier ist nichts Okay Oh Immer so ein bisschen spannend um die Ecken schauen Ich hab immer ein bisschen Die Befürchtung, dass da irgendwas Lauert Okay, super Hier geht's weiter Hier ist aber auch nichts Gut Gut Mensch Ich heiße mir mein Hemd bei diesem Spiel Weil um die Ecke steht immer irgendwas Das weiß ich Das ist furchtbar oft der Fall Äh Ne Säge I got the soul I got the soul I got the soul Mary Du bist ja scheinbar Du pittest dich ja quasi geradezu an Oh Mary Oh nein Mary Okay Genug gealbert Wir werden seriös Oh fuck Wir werden hier niemals seriös Oh Mary, Mary, Mary Du machst mir Sachen Ich hab so ein bisschen Angst vor diesen Marys immer Die sind immer so Aber auch Mary Janes Und die ganzen anderen Brunnhildes Okay Dann schnüllen wir den jetzt mal auf den Newton Und los geht das Bisschen am Piepatz rumwurscheln Rusty key I like Rusty I like it when the red water comes out I like it when the red water comes out Ich find den so gruselig ey Das ist so verstörend Saladfingers ist das Schlimmste was damals gab Das ist ja schon uralt Das gibt's ja äh Mittlerweile auch auf YouTube Kommt aber ursprünglich glaube ich von Newgrounds oder Newsgrounds Ich glaub Newgrounds heißt das Ding Da bin ich ja mal gespannt was mich jetzt erwartet Speichern und Spritzen Aha Wie viel Spritzen hab ich denn jetzt schon mittlerweile Egal ich brauch sie noch nicht Was ist das denn Eine Lampe Oh Was war denn jetzt los Hä Oh Gott 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 Nein 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 Was zur Hölle Geht denn hier ab Hä Wie jetzt Hä Oh Gott Die Musik dazu Ach du scheiße Was do you think Ja ich denk gerade The fuck Do you like this You don't know anything If you just could understand I never wanted this Wer bist du denn Dass du das niemals wolltest Und was kann man hier jetzt machen So Ach du scheiße Ach du scheiße Ach du scheiße I just want you to die Just die Aha Ich soll also sterben Felix schnöfte Nicht wirklich aber Oh 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 Gott Rennen Alter Rennen 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 Oh Gott Ach du scheiße Ach du Kacke 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 Nein 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 Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Stirb nicht Geronimo Was kann man Äh Ich blick gerade nicht mehr genau durch Aber äh Ich bin tot Genau das was der Typ wollte Load game You will die Schöner Abschnitt Schöner Name für einen Abschnitt Warum kriege ich da Schaden Was soll denn das Finde ich nicht nett Finde ich gar nicht nett Ist ein böses Spiel Ich empfinde dies als äußerst unangenehm Bitte hören sie auf damit Können wir uns nicht einfach treffen Über die ganze Situation Reden Kuchen Kaffee Klatt dich ein In ein Restaurant Zum Griechen Du magst doch Griechisch Oder einfach nicht Okay Was los geht das Rennen 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 Und jetzt rechts Und jetzt links Einfach nur geradeaus Einfach nur geradeaus Und durch die Tür Durch die Tür 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 Oh fuck Polizei Oh wunderbar Haben wir es geschafft Ich hatte das Gefühl Dass wir einen Unfall hatten Was war das Hallucinations Ich habe das Ich habe das Ich habe das Gefühl Ich habe das Gefühl Dass wir hier mehr oder weniger Eigentlich Wenn wir schon mal Kapitel 3 sind Dass wir einen Unfall hatten Dass irgendeiner uns mit dem Auto angefahren hat Und wir gerade zwischen Leben und Tod Quasi in so einer Art Koma Zustand Liegen Es gab einen Film Der etwas ähnlich war Da war der Typ in einem Krankenhaus Und da hat man dann eigentlich festgestellt Im Laufe des Films Dass der Typ mehr oder weniger im Koma saß Und deswegen die ganzen verrückten Sachen passiert sind Und er sich dann im Endeffekt Am Ende des Films entscheiden musste Ja Möchte er leben oder möchte er sterben Ich habe das Gefühl Das geht in dieselbe Richtung Entweder dauerhaft im Koma bleiben Und diese Qualer tragen Oder aber Sich selbst quasi im Schlaf das Leben nehmen Denn es hieß ja immer Wenn man im Schlaf stirbt Stirbt man auch in der echten Welt Und ich kann mir vorstellen Dass das hier in eine ähnliche Richtung geht Weil das mit den Polizisten Und dem Straßenrand Kam mir gerade so vertraut vor Wie am Anfang des Spieles Gott wir haben noch 500 Scheiße ich habe gar keinen Bock mehr ey Ist mir einfach alles zu abgefuckt hier Aber die Musik ist schön Kann ich mal auf so eine Adventure Passage kommen Wo man nur Rätsel lösen muss Oder sowas Ohne Monster Das muss ja irgendwie nicht sein Ja ich würde ja ganz gern Komm her Ingolf Das ist ja super Der hat ja nichts ausgehalten Was ich da rein Das lag Lage Lasst Platz Ich lese mir diese Sprache Lasst Platz Okay das ist die Polizeistation an der ich war Ah guck mal hier eine Karte Eine Mad Die Ronaldstraße Hmm Es heißt hier That I can take the subway for Okay So I need to head to Saxon Avenue first Okay Na klar Saxon Avenue Okay Ich kann nichts lesen Kanina Heißt das Vielleicht Kaninchen auf Deutsch Kanina Ich weiß nicht Ich kenne die Sprache ja nicht so wirklich Dann müsstet ihr mir What the Fuck Ist das denn bitte Ich glaube da komme ich nicht lang oder Ich gehe hier unten lang Gott macht mir mal hier unten in den Gängen gemütlich Dann da oben Uah Fuuu Fuuu Juuu Kommst du da einfach aus dem Gang gekrabbelt Glaubst du auch ey Macht mir mal keine Faxen hier ihr geilen Säcke Ach du Scheiße Geschenke Ich bin fürchten dass das Team mich irgendwie verfolgt Da lang Ja Sieht ganz danach aus Wollte schon richtig sein Kika Ah Kikaninchen Kikaninchen Oh bitte nicht Kika Kikaninchen ey Fuck you Wääh Ach Stimm einfach Stimm einfach Hä Wieso kann ich dich nicht treffen Du Arschwurst Was ist das mit Bug hier Ich hau mal ab Ich treff den nicht Was ist das denn Bug hier ohne Ende oder was Ich hab ne andere Idee So Ich konnte den irgendwie nicht treffen Voll AIDS Aber richtig Ey Michael Myers Hä Wollst du mich roffeln oder was Was ist das denn Ist doch nicht möglich Wer bist du denn ey Jürgen aus der Löwengrube Geh mal bitte kacken Wow Abgefuckter Scheiß ist das hier Money 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 You want me funny In a Richman's World So Duckjump Schon mal jemand versucht geduckt zu springen Das ist quasi unmöglich Man kann erst hoch springen Und dann die Beine anziehen Aber geduckt hoch springen Ist physikalisch eigentlich relativ schwierig Ich kann es mir zumindest nicht gut vorstellen Das ist Michaels Ich will da wieder rein Ich will da wieder rein Okay Michael Meine Maus lässt gerade nach Ach Maus Verarsch mich jetzt nicht Lass jetzt nicht nach Nein Du kannst jetzt nicht aufhören nachzulassen Scheiße Ich glaub die Batterie ist leer Ich glaub das wird jetzt gerade echt nicht gut Wääääh Oha hey Der lebt ja noch Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Ich muss nachladen 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 Äääh Fuck 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Jesus ey Was machst du nur Warum lässt du solche Spiele zu Ich glaub meine Maus ist gerade Ne also ich muss mal kurz pausieren Leute gleich Ich komm gleich wieder So wieder da Jetzt funktioniert die Maus wieder Jawohl Nicht wieder so abgeschwantet wie eben Das ging ja gar nicht Bäh Was ist denn hier los ey Was ist das für Tentakelvieh ey Bin ich hier dem Hentai gelandet oder was Kann ja nicht wahr sein Tentacle Rape Ein Teil Ich würd euch Wann du flieh halt drüber Geht nicht So Tentacle Rape Mensch Jürschen Hängen wir hier nicht so rum So jetzt geht der weg jetzt zwar an Aber ich hab noch ne Minute Zeit Die Minute gönne ich mir noch Bis zum nächsten Safe Point Dat Minutia Scheiß Erkältung ey Regt mich voll auf Ich kann nicht mal anständig sprechen Das macht mir gar keinen Spaß so Voll nervig Wer bist du denn Ach hier Krüppelkalle So Der ist ja nicht Wie so ein Mörlok Baby ey Nee okay hier ist nichts mehr Krüppelkalle Krüppelkalle Kein Krüppelkalle Kein Krüppelkalle Weiter Woo Krüppelkalle ist furchtbar Speichern Jawoll Haben wir's doch Lo Lo Leute Na Halskinder Palmen Ich beende den Part jetzt hier Ich hoffe euch hat's gefallen Auch wenn ich erkältet bin Ansonsten Nö Das wir kennen jetzt was Kritik da Wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn's heißt Cryo4 Mit mir Lunetschki Auf Dein Lauf Wollt auf Wiedersehen Tschüssikowski Blablablabla Kurz Kurz Strecken So Bis gleich Bis nachher Bis irgendwann Bis dann 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 Bis dann